Hunter, ihr werdet herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Asylum Challenge und ja, der Hunter, der steht in der Sonne mit der Emma. Die Emma hält ihn jetzt total hier auf und Hunter blinkt. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ob ich ihn reinrufen kann? Tratschen bitten in die Wolkenscham wäre ein bisschen blöd. Gut, herbeirufen oder so wäre jetzt irgendwas. Gibt es das hier auch? Oh, Hunter geht rein. Huh, beeil dich. Ihr ist auch irgendwie übelst. Puh, er hat es geschafft. Und ich glaube, ja, er geht ins Bett. Huh, war das knapp. Ist die Schwanger da draußen? Sorry. Nee, Seniorin. Ähm, ja, Hunter hat es also gerade noch geschafft. Puh, bin ich froh. Saki. Saki? Warum, was, was machst du? Hier hingehen. Habe ich da irgendwas gesagt? Du sollst hier hingehen? Oh, wir haben unser Bild fertig. 583. Yay! Mal gucken. Vier Bilder oder so reichen doch dann auch vollkommen aus. Wobei, ähm, morgen muss sie ja sowieso wieder arbeiten. Wann müssen wir? 18 Uhr erst. Ach Gott. Göttchen. Nanette ist jetzt endlich mal... So, warte mal, mal ein impressionistisches Großes. Ähm, sie ist endlich mal baden. Wie geht es dir, Nanette? Ach, ich bin traurig. Ah, aber sonst? Spaß? Ja, ich glaube, so gut ging es dir schon lange nicht mehr. Mach mal was Spaßiges. Ja, genau. Du kannst ruhig an den Computer. Der ist nämlich gerade mal frei. Das ist ja sehr selten. Ne, ich gehe lieber lösen. Okay, Madeleine. Oh je, das haben wir gar nicht mitbekommen. Madeleine hat dir die Hose gemacht, so wie das Bildchen aussieht, oder? Würde ich mal so sagen. Oder irgendwie sich selbst angepieselt, ja. Aber wann war das denn? Hm. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Geh mal ins Bett. Komm jetzt, geh ins Bett. Piep. Warte, ist der Kaffee? Und Carlotta fuchtelt da drüben rum. Carlotta. Das steht immer noch hier rum. Das will keiner haben. Ich wollte es aber jetzt auch nicht aufräumen, irgendwie. Der Barsch kommt ganz gut an, anscheinend. Was machst du? Buntbarsch essen und mit Nanette quatschen. Okay. Während die beiden hier Nickerchen machen. Warum denn nur ein Nickerchen? Ah, warum nur ein Nickerchen? So, Saki, nachdem du dann das gemacht hast und wir das auch verkauft haben, dann möchte ich mal... Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir ja tausend hin. Kommt drauf an, wie gut wir hier sind beim Malen. Nanette hat es wirklich hierhin geschafft? Irgendjemand duscht doch gerade schon wieder. Ups, die werden noch jetzt... Das ist Carlotta. Sie werden noch langsam... Ups. Warte. Oh. 200 Föden. Das ist nicht viel. So, ich gehe mal Schläge üben. Achso, und... Was ich total vergessen habe heute... Gruppe öffnen. Ein bisschen später macht aber nichts. Ich bleibe trotzdem bis 0 Uhr. So, was hieß denn das? Ja, oh Gott, ihr geht es ja eigentlich noch ziemlich schlecht eigentlich. Oh, was ist das, Emma? Ja, hübsch. Du hast dich nicht umgezogen, oder wie? Ach Gott, Carlotta? Ne, das ist Medlin. Sieht ja echt schick aus. Das hier ist ein bisschen dreckig. Hunter? Achso, Hunter, leg dich ruhig wieder hin. Geh schlafen. Achso, Moment. Ja, gut. So, wo seid ihr denn alle? Bella. Bella, also nimmt das. Alexa sieht auch irgendwie schick aus. Und Nanette? Wow, Nanette. Schick. Ich glaube, was war das Landstil oder so? War das Landleben? Ja, die Schuhe und die des Husters. Voll Hammer. So, ich wollte ja eben, dass sie ein bisschen abnimmt. Und deswegen soll sie jetzt mal ein bisschen gerade trainieren. Haben wir die Möglichkeit, morgen eine Beförderung zu bekommen? Ich glaube fast schon, oder? Ich habe die Hoffnung zumindest. So, Hunter ist auch mal hier sich waschen gegangen. Alina räumt auf. Das sieht doch voll cool aus. Voll, ja. Das gefällt mir bei ihr. Räumt weiter auf. Bella, noch in ihren Tessus. Carlotta, sieht auch interessant aus, was sie anhat. Und Nanette. Und ihr drei seid ein bisschen schicker eigentlich. Was? Braucht ihr ein bisschen Spaß? Irgendjemand hört Drehkreisel, oder? Zumindest gehört Alina. Ihr ist heiß. Die hat Fieber. Oder so. So, Saki. Was machst du? Ich plauder mal mit der Madeline. Okay. Ich lasse sie mal. Sieht auch sehr interessant aus. Wow, guckt mal. Moment. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Seht ihr das? Das sind die Bissspuren von Hunter. Der übrigens auch sehr interessant aussieht. Ja, das ist okay. Jetzt bleiben wir mal da. So, dann gehen wir zu Bella. Nach Tagfragen. Getränke zubereiten. Über Lieblingsbücher. Über Geschicklichkeit. Muskeln zeigen. Fattig. Fickfähigkeit erworben. Weil ich mit ihr darüber quatsche. So. Dann spiele ich mal wieder ein bisschen vor. Ui, ui, ui. Jemand hat einen Drehkreisel. So, das ist auch ein bisschen erhöht. Was kann ich denn jetzt am besten, was mache ich am besten mit dir? Ich tricke es über. Nicht, ich gehe wirklich mixen. Komm schon, Saki. Huch. Jetzt hat Emma, sie hatte schon letztens Streifen. Jetzt hat sie wunderbare Punkte irgendwie. Also, ich finde, ich weiß nicht, aber ich meine, die sind hier echt häufiger krank, als ich das von meinen anderen Sims sonst merke. Hier, die alle. Aber ich glaube wirklich, dass sie nicht daran sterben können, ne? Zumindest bis jetzt nicht. Sind es zwei, da konnte man irgendwie an Lebensmittelvergiftung sterben. Und ich glaube auch an Erkältung, wobei mir das nie bis jetzt nie passiert ist. Aber ich bin schon mal gewarnt worden von dem einen oder anderen, dass ich nicht so leichtsinnig damit umgehen soll. Dass ich sie nicht zur Arbeit schicken soll oder so, wenn sie krank sind. Kalota geht's rundum gut. Oh, Hunter ist ins Bett. Ne, doch. Na nett. Oh, die ist schon wieder unter der Dusche. Das ist deine Männerstimme, da hört man dich. Zu viel zu tun. Faule Sims können keine Aufgaben erledigen. Aber dafür hast du gut aufgeräumt. Ja, das hast du auf jeden Fall. Irgendwas ist wieder kaputt gegangen. Oder? Ah, das hier. Na nett, mach mal. Oh, sieht auch lustig aus, Nanette. Sieht ja goldig aus. Hier, reparier mal. Hat sie überhaupt jemals repariert? Komm schon. Das muss eine von euch danken, Nanette. Achso, apropos. Das muss ich gerade mal nochmal blündern. So. So. So, vielleicht gehe ich dann doch lieber erst mal was essen. Drei übrig und drei. Das sind sechs. Dann gehe ich doch mal lieber was kochen. Was machen wir denn? Taco-Auflauf. Na gut, wir machen den Taco-Auflauf. Okay. Spaß schon wieder. Irgendwie macht Saki nichts wirklich so Spaß. Habe ich manchmal das Gefühl. Außer zu lesen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was ist jetzt gewesen? Okay. Oh. Alina. Vom Blasman. Oh nein. Entschuldigung. Ich habe das mal wieder nicht. Hunter. Ich habe gar nicht auf Hunter geachtet. Entschuldigung, Alina. Oh mein Gott. Alina. Oh Gott, Alina. Oh wei. Alina. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Irgendwie, sie sieht echt nicht gut aus. Und sie ist auch noch von Hunter gebissen worden. Ich war in der falschen Etage und habe es jetzt nicht mitgekriegt, weil ich halt mal vorspule. Ja. Aber sie ist kratzig. Dann ist sie noch unerträglich erschöpft, weil sie jetzt als faules Sim auch noch trainieren musste. Dann ist sie auch noch gebissen worden. Und sie ist voll schmutzig. Die Arme, Alina. Also ihr geht es gerade rundum. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh mein Gott, Alina. Ich würde es gerade einfach mal ein bisschen mit ihr mitgehen wollen. Weil, also ihr Gesicht sieht ja auch furchtbar aus, muss ich gestehen. Alina, Alina. Ja, schaffst du es irgendwo hygienemäßig? Also ich finde jetzt, Hunter hat jetzt gerade ein bisschen öfters zugeschlagen. Ich muss mal gerade gucken. Aber jetzt hat er, also es hat auch mehr gewirkt bei dir. Du hattest irgendwie mehr als Saki letztendlich. Sieht man bei dir auch die Bisse? Warte mal, nicht so gut. Wahrscheinlich, weil du zu lange Haare hast. Ich muss mal gerade gucken. Ähm, doch. Hier seht ihr das da? So, da. Habt ihr es gesehen? Ich komme leider nicht da, da jetzt. Die zwei dunklen Bisse. Oh mein Gott. So. So, Saki. Dann geh mal auf die Toilette und dann gehen wir nochmal lesen. Liebe in den Zeiten der Stuhle. Da haben wir vielleicht noch nicht zu Ende gelesen. Jetzt bin ich gespannt. Nimmst du das Buch wieder mit? Das Essen haben wir auch noch. Ich weiß, Alina. Vielleicht, ähm, könntest du ins Bad und nach oben oder so. Ja, wenn ich, wenn ich nicht vorspule. Dann passiert nichts, ja. Und dann so jetzt hier. Naja gut, egal. Geh mal dann schlafen, Saki. Wobei, vielleicht lies erst noch ein Stück. Hallo, Emma. Das ist auch ein süßes Kleid, aber die Schuhe passen nicht dazu. Okay, ich geh mal zu Alina, weil ihr geht's gerade nicht so gut. Sie ist auch noch neun Minuten kratzig. Okay. Ja. Immer ein kleines bisschen Vorspun. Guck mal, Saki. Bleibt irgendwo stehen. Und was macht Alina? Achso, die geht jetzt duschen. Das tut ihr bestimmt gut. So. Carlotta überlegt sich, was sie tun soll. Und nimmt das nächste Buch. Madeline muss mal dringend auf die Toilette. Alina, wo bist du? Achso. Sie ist in der Dusche. Emma macht hier ein paar Sit-ups. So, wir haben gleich ein Null-Uhr. So, Saki, du gehst mal ins Bett. Und ich räume mal wieder die Dinger auf. Guck mal, da haben wir auch noch was. Warte mal. So, die Bücher mache ich wieder ins Regal rein. Das kann ich verkaufen. Das stellen wir irgendwie hier raus. Da ist sogar noch was drin. Immer Hamsterd Kaffee. Und die anderen haben nichts. Okay. Die Gruppe, 526. Äh, Lustigkeitsbonus. Wunderbar. Und wir beenden. Die Gruppe. Oh nein. Saki, tut mir leid. Entschuldige. Wir müssen reparieren. Das müssen wir gerade machen. Das geht nicht. Dass ich die ganze Nacht... Aufgestylt, das ist nichts. Dass ich die ganze Nacht... Nee, das geht nicht. Sonst pieseln sie alle daneben. Sorry. Müssen wir durch. Was haben wir denn eigentlich? Level 4. Okay. Da. Ich koche und ihr macht dann immer irgendwas. So, Bella. Na? Was ist das anderes? Alina geht jetzt schlafen. Na nett. Boah. Könnte mal auf die Toilette gehen. So. Okay, Saki. Dann machen wir es mal so. Wir blündern das hier gerade nochmal. Und wir blündern das hier oben nochmal. Und danach gehen wir ins Bett. So, ich gucke mal gerade. Was? Kalota. Was macht sie? Achso, die räumt auf? Ja. So, da ist der Hunter. Die Blau dann nur. So, ich bin... Achso, das habe ich irgendwie nicht mehr geschafft. Warum auch immer. Egal. So. Aber Hunter geht es jetzt, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser. Wobei er krank ist jetzt anscheinend. Und Nanette ist auch krank. Die sind schon wieder alle irgendwie krank. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber gut. Wir könnten mal... Warte mal. Ich muss mal gerade was gucken. Bevor ich jetzt beende, würde ich einfach gerne mal schauen. Wir können doch irgendwie... Ich weiß aber nicht, wie oder wo wir das finden. Ich hatte das gelesen, Orangensaft zu machen. Oder machen wir den Orangensaft beim Mixen? Ich habe den aber noch nie bewusst zumindest gesehen. Orangensaft mit Pfiff. Aber das ist ja kein Orangensaft. Oder einen Tee oder sowas. Habe ich doch auch mal gelesen. Ich verstehe nicht. Wo soll das denn sein? Oder brauche ich dazu? Also bei dem Tee, da gab es doch so wie bei der Kaffeemaschine, haben wir noch einen Teemacher. Also so einen Teekocher. Aber das habe ich natürlich nicht hier drin. Pufferbrei, mehr Auswahl. Da! Da ist eine schnelle Mahlzeit. Okay, ich klicke es einfach mal an. Aber das nehmen wir das nächste Mal. Mal gucken, ob ich das... Wenn ich das hinstelle, wer das nimmt überhaupt. Ob es überhaupt ein anderer nimmt. Ich sage erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar. Oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagina. Ciao, ciao, ciao.